Der FC Schalke 04 hat laut Angaben der WRZ-Ruropod-Rivale Borussia Dortmund in Sachen Mitglieder überholt. Demnach freut sich Königsblau zum Start der Saison 2018 19. über 156.110 Mitglieder, während der BVB mit 154.000 Mitgliedern zurückbleibt. Die beiden Rivalen liefern sich seit vielen Jahren ein enges Rennen um die Mitgliederzahlen. 2016 war der BVB wohl auch als Resultat anhaltenden sportlichen Erfolgs an Schalke vorbeigezogen und war seitdem nicht mehr in Bedrängnis geraten, hinter Schalke zurückzufallen. In Gelsenkirchen scheint die letztjährige Vizemeisterschaft unter Trainer Domenico Tedesco wieder einige Fans angelockt zu haben. Somit konnte Schalke den BVB erneut überholen. Vom Branchenprimus sind allerdings beide weiterhin weit entfernt, der FC Bayern München vereint 290.000 Mitglieder. Sehr wohl liegen Schalke und Dortmund aber weit vor der restlichen Konkurrenz der Liga. Statista zufolge ist Borussia Mönchengladbach in dieser Kategorie die Nummer 4 Deutschlands mit 80.000 Mitgliedern. Punkt. Es folgen der VfB Stuttgart, 65.000 und Eintracht Frankfurt, 50.000 mehr bei Spox. BVB gegen Frankfurt wohl ohne Polisik. Bürki wieder fit. Tedesco wollen Fehlstadt nicht schön reden. BVB News Weigel wollte nie zu Tuchel. Musik